Solltet ihr euch jetzt denken, das kenne ich doch irgendwo her, dann erkennt ihr vielleicht diese Melodie. Und wenn ihr das jetzt noch immer nicht erkannt habt, dann liegt es wahrscheinlich an meinem Gesang. Denn bei 30 Millionen Klicks auf YouTube und 280 Millionen Klicks auf Spotify kommt man an diesem Track eigentlich nicht vorbei. Der Track heißt Infinity und der Künstler dahinter ist Klaas mit ganzem Namen Klaas Gerling. DJ, Musikproduzent und vor allen Dingen unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, lieber Klaas. Ja, hi, grüß dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollten in der ersten Folge mal ein bisschen... Danke.